Microsoft hat es getan und nicht nur ein Cloud-Windows geschaffen, sondern auch ein Gerät dazu, PC kann man das ja nicht mehr wirklich nennen, um dieses Cloud-Windows eben auf den lokalen Bildschirm zu übertragen. In diesem Video schauen wir uns an, was hinter all dem genau dahinter steckt. Wir werfen noch einen Blick auf die geleakte Vorschau-Version von Windows NXT. Dass Microsoft seine Nutzer, vor allem unter Windows, zunehmend stärker in die Cloud drängt, das ist nichts Neues. Da habe ich hier schon mal extra einen eigenen Beitrag gemacht. Warum machen sie das? Natürlich geht es ums Geld. Das Cloud-Geschäft, das bringt Microsoft viel, viel mehr Einnahmen, weil man da eben zum einen wiederkehrend monatlich zahlt und natürlich auch das Ganze am Schluss teurer wird. Jetzt geht das aber nochmal eine Stufe höher. Hier war es ja bisher so, dass Microsoft eben das Windows-Lokal auf dem Computer hat laufen lassen. Die Daten werden aber eben in die verschiedenen Cloud-Dienste synchronisiert, zu zum Beispiel OneDrive. Es gibt eine gewisse Abhängigkeit, gerade bei der Anmeldung, aber grundsätzlich waren die meisten Daten noch lokal auf dem Computer. Doch das reicht Microsoft schon längst nicht mehr. Sie wollen mehr und deswegen haben sie 2021 Windows 365 vorgestellt. Das ist ein Windows bei Microsoft in der Cloud, in Azure. Hier kümmert sich Microsoft komplett um alles, also das Ganze am Laufen halten, updaten und so weiter. Das heißt, der Nutzer muss nichts mehr tun oder eben er verliert die Kontrolle vollständig, je nachdem, warum man das sehen möchte. Es dauert ja auch nicht lange, bis erste Sicherheitsmängel bekannt werden. Das ist man ja von Microsoft gewohnt. Der wesentliche Unterschied ist aber, dass hier eben tatsächlich das Windows auf Microsoft-Servern ausgeführt wird. Der Nutzer hat bloß noch ein Gerät, das eben Maus- und Tastatureingaben in die Cloud von Microsoft sendet und dort das Bildschirmsignal, was angezeigt wird, wieder zurück auf den Bildschirm. Dieses Gerät, das kann deutlich leistungsschwächer sein als ein PC, weil es ja eben keine Programme ausführt. Da hat Microsoft vor kurzem hier den Windows 365 Link angekündigt. Das sieht aus wie so ein Mini-PC, ist technisch auch einer, der soll 349 US-Dollar kosten, unterscheidet sich kaum von einem Mini-PC. Er hat einen schwachen Intel-Prozessor, 8 GB an Arbeitsspeicher und dazu noch 64 GB internen Festspeicher. Dazu gibt es auch ein Video zu, wo der gezeigt wird. Hier unten kann man ihn sehen, gleich auch noch im Detail, dass es im Grunde ein SYNC-Client, den Microsoft hier neu erfunden hat, wie man ihn in Unternehmen selbst gehostet, schon seit längerem kennt. Die Programme werden hier überhaupt nicht mehr lokal ausgeführt, alles auf dem Server. Die Daten liegen auch komplett bei Microsoft. Wie hier sehen könnt, meldet man sich bloß mit seinem Cloud-Konto an, muss die Anmeldung hier noch bestätigen. Anschließend ist man direkt auf das Serversystem bei Microsoft draufgeschaltet. Da laufen dann eben die Programme, die man so verwenden möchte. Auf diesem kleinen Gerät, das aussieht wie so ein Mini-PC, also der hier unten, da läuft aber kein kleines Linux drauf, wie man das bei anderen SYNC-Clients her kennt, sondern Microsoft hat eine Art Cloud-Windows entwickelt. Das hat intern verschiedene Bezeichnungen wie Windows NXT. Offiziell gibt das Microsoft noch nicht heraus, aber ein Prototyp, der wurde inzwischen geleakt. Da gibt es also eine ISO, die man sich runterladen kann. Das ISO ist aber nicht wirklich kleiner. Mit 5,3 GB ist es immer noch ähnlich groß und schwerfällig wie ein normales Desktop-Windows. Ich habe das hier mal versucht, bei mir zu installieren. Schon der Installationsassistent, der sieht genauso aus wie bei einem Windows 11 in der Insider Preview, also die Vorschau-Version für freiwillige Beta-Tester, die da eben unfertige Windows-Versionen ausprobieren. Da hat man sich bisher anscheinend nicht mal die Mühe gemacht, das umzubinden. Oben steht zum Beispiel Windows 11 Setup, auch weiter unten immer Install Windows 11, also alles mit Windows 11. Wirklich viel anfangen lässt sich damit allerdings noch nicht viel. Bei mir in einer virtuellen Maschine, da scheitert das Ganze schon an der Netzwerkerkennung, denn da es ja ein Cloud-Windows ist und Windows 11 verzwingt ja eine Netzwerkverbindung oder eine Internetverbindung, um es installieren zu können. So ist es hier bei dem Cloud-Windows auch. Der erkennt hier irgendwie den Netzwerkadapter nicht richtig und will, dass ich hier eine Internetverbindung herstelle. Doch auch abseits von diesem Problem, was wahrscheinlich mit der virtuellen Umgebung zu tun hat, kommt man hier nicht wirklich weiter. Man sieht es hier, man kommt bis zu diesem Anmelde-Bildschirm, kann sich aber da auch mit einem Cloud-Account nicht anmelden. Das Ganze ist wahrscheinlich nur für bestimmte Alpha- oder Beta-Tester freigegeben. Bereits im sogenannten Out-of-the-Box-Experience, das ist dieser Einrichtungsassistent, der nach dem Installieren von Windows 11 oder von jedem Windows aufgerufen wird. Da kann man ja mal eine Konsole öffnen, das geht, wie man es kennt, vom Desktop-Windows her und merkt schon, da sind nicht mehr alle Sachen enthalten. Zum Beispiel der Windows Explorer fehlt, der Task Manager, kein Registrierungs-Editor ist da. Auch die PowerShell kann man hier nicht aufrufen. Sogar an der Konsole haben sie irgendwas gedreht, die erscheint hier in so einem grünen-Schwarzton, wie man das so aus Hacker-Filmen kennt. Die Schrift ist auch nicht gut lesbar, ich vermute mal, da hat man irgendwelche Komponenten entfernt. Bisher ist Microsoft gegen diese geleakten ISOs noch nicht vorgegangen, die sind auch hier im Internetarchiv eingetragen worden, da kann man sich die hier runterladen, 5,3 GB, im Moment noch alles auf Englisch und das auch mal selber ausprobieren, wenn man das möchte. Was kommt da also auf Windows-Nutzer zu? Erstmal neben den Gerätekosten für diesen ThinClient, der ja gar nicht so günstig ist, natürlich auch noch ein Cloud-Abo, denn ohne Cloud ist dieses Ding nutzlos. Das Abo, das habe ich eben hier schon gezeigt, wenn man hier mal guckt, Pläne und Preise vergleichen, das beginnt so bei 31,30 Euro pro Monat, je nachdem auch für welche Hardware man sich hier entscheidet. Das ist ziemlich schmalspurig mit nur zwei Kernen für GB Arbeitsspeicher, da ist hier der Office-PC-Auto-Tacke besser ausgestattet, bei dem geht das eher so in die Richtung mit vier Kernen und eben mindestens 8 GB an Arbeitsspeicher. Dann ist man aber schon bei 66,70 Euro. Bisher richtet sich da mit Microsoft primär noch an Unternehmen und eben nicht so sehr die Privatkunden, aber da ist eben klar der Fokus Geld, weil Microsoft mit den Unternehmen mehr Geld verdient wie mit den Privatkunden. Es dürfte nur eine Frage der Zeit sein, bis Microsoft auch Privatkunden auf ihren virtualisierten Windows-System im hauseigenen Cloud-Rechenzentrum von Azure sehen möchte. Ob die Kunden davon profitieren werden? Ganz klar ist, dass Microsoft auf jeden Fall einen Vorteil dadurch hat, denn man hat die Daten bei denen, man hat sogar das komplette Betriebssystem bei denen. Die Abhängigkeit, die ist noch größer, als sie ohnehin bereits ist, was ja schon ein bedenklicher Zustand ist. Genau aus dem Grund wird Microsoft das auch weiter treiben, ähnlich wie bei ihren anderen Cloud-Diensten. Neben den Kosten und der Abhängigkeit, finde ich das Ganze auch sicherheitstechnisch mehr als bedenklich. Wie auch die On-Prems-Software stecken Microsoft-Produkte voller Sicherheitsmängel, die Microsoft auch nicht so wirklich interessieren. Hier zum Beispiel nur ein Fall von vielen. Da hat Microsoft eine kritische Sicherheitslücke gemeldet bekommen, hat sie aber ein halbes Jahr lang nicht interessiert. Das heißt, alle Windows-Nutzer, die waren da gefährdet. Obwohl man hier hätte wesentlich früher handeln können und müssen. Wenn man so ignorant ist, dann ist es natürlich auch in der Cloud nicht groß anders. Warum auch? Wenn man genug Geld verdient, dann kann man hier auch einfach sagen, nö, ist keine Sicherheitslücke, interessiert uns nicht. Sind ja bloß die Kunden, die gehackt worden sind. Oder hier auch eine Schwachstelle, die hier seit Monaten in der Cloud nicht behoben wurde. Trifft ja nur die Kundensysteme. Solange die Leute weiterhin bezahlen, kann uns das egal sein. Mittlerweile ist das Ganze so weit eskaliert, dass sogar das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, Microsoft verklagen musste, weil sie ja in ihrer Cloud auch schon mehrfach gehackt wurden. Aber Microsoft das Ganze runterspielt, nicht so wirklich Informationen zur Verfügung stellt. Deswegen sehen die hier eben nur noch den Weg, das vor Gericht zu klären. Die Sicherheit ist bei Microsoft traditionell schon derart katastrophal, dass sie es nicht mal hinbekommen, einen Twitter- oder X-Account abzusichern. Da wurde hier der Account geklaut, weil er schlecht geschützt war, um hier eben Leute mit Betrugswerbung über den Tisch zu ziehen. Und da stelle ich die große Frage, wollt ihr deren mangelhaft abgesichertes Betriebssystem mit noch löchriger Software eure Daten anvertrauen und euch noch abhängiger von einem derart agierenden Konzern machen, bei dem ihr dann auch noch das System in der Cloud habt? Denkt mal drüber nach und schreibt es auf uLabs.de, ins Forum oder in die Kommentare. Tschüss, bis zum nächsten Mal.